Und wieder herzlich willkommen zurück zu ARK mit Nalina. Jetzt würde ich dir am liebsten gerne dort den Kopf schießen, aber das wäre jetzt unpassend. Guten Tag. So. Ja, ich habe ja in der letzten Folge ausgemacht und auf dem Punkt war der Schneesturm vorbei. Aber ist egal. So, wir haben immer noch dasselbe Ziel. Einen schwarzen Drachen jagen. Ja. Beziehungsweise betäuben und dann auf unsere Seite ziehen. So, also ich bin Startklar. Wenn du so weit bist. Ich auch. Gut, ich mache mal das Feuer hier aus. Falls wir nochmal zurückkommen. Und dann dürftest du mich krapschen. Ich hänge, ich hänge. So. Dödem, dödem. Ein bisschen spannende Musik machen. Dödem, dödem, dödem. Ich hoffe der Drachen ist auch noch da. Ja, ich höre ihn auf jeden Fall. Aber ich kann ihn noch nicht erspähen. Gerade aus. Ich sehe ihn nicht. Gerade aus, gerade aus, gerade aus. Müsstest du, glaube ich. Ich kann ihn auch noch. Ich glaube, da vorne ist er. Da vorne ist er. Siehst du? Ach, da. Ja. Ja, weil da so krachschwarz ist, fällt er nicht auf. Ja, gerade auf dem dunklen Hintergrund fällt er eh nicht auf. Ja, genau. Der hat es gerade mit einem Hirsch zu tun. So, soll ich schon mal? Spannst du, wenn du möchtest. Scheiße, was ging daneben? Nee, das scheint ein Treffer gewesen zu sein. Stimmt, der guckt bloß blöd. Das war ein Treffer. Denk dran, der eine ist letztes Mal plötzlich hochgeflogen, oder? Ja. Ja, und schon geht's los. So, wo fliegt er denn? Ich glaube, ich habe deinen Vogel, äh, rechts von dir. Ach, da. Jetzt. Das war der Vogel. Nee, das war nur der Vogel. Nee, das war der Drache. Ich habe den Drachen getroffen. Kannst du schneller fliegen? Weil der haut ab. Die Sau. Achtung, er dreht. Wow. Feuer. Kacki. Ui, ui, ui. Alter, ich bin tot. Verdammte Hacke. Du musst doch jetzt schneller fliegen müssen, Süße. Ähm, ich musste gerade was essen, sonst wäre ich genauso abgestürzt. Fuck. Dreck. Tja, Leute, das passiert. Mistikack. Er müsste hinter dir sein eigentlich, wenn er nicht abgehauen ist, ist er hinter dir. Verdammt. Mein ganzes Gelumpe ist weg. Ich höre ihn die ganze Zeit. Mein Gelumpe ist weg? Ich weiß nicht genau, wo ich abgestürzt bin. Ja, er ist hinter mir. Shit, was nehme ich jetzt? Na, den jetzt zu verarschen, das wird ein Ding für sich. Oh, wei. Aber halten bei dir in der Nähe. Ich komme mit einem anderen Vogel. Ich versuche den... Äh, ja, toll. Ich will ins Schneeby. Scheiße. Ach, Mistikack. Haben wir noch eine Rüstung, was ungefähr ein bisschen was aushält? Naja, an Kälte sowieso nicht. Rüstung, 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 Rüstung. Die Lederrüstung ist scheiße. Äh, verdammt. Ähm, wo müssen die Drachen hin? Ich nehme mal die Chitin-Rüstung mit. Mal gucken, ob die was bringt. Ein bisschen wenigstens. Oh Gott, ey. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ich habe gedacht, du siehst das. Deswegen habe ich nichts gesagt, dass du schneller fliegen sollst. Nee, ich habe es eben nicht gesehen. Ja, ist egal. Passiert. Dafür ist der Drachen ja auch Level 23. Der Witz ist, der ist weg. Echt jetzt? Ja. Boah, die Sau, ey. Scheiße, Dreck. Ich habe auch... Ähm, er ist nicht weg. Ich höre ihn. Ja, dann warte, dann bleib in der Nähe. Ich versuche schon mal, mein Zeug zu finden. Aber wenn ich Schweine habe, ist es über Land gelandet, anstatt im Wasser. Doch, da unten ist er. Der ist genau an der gleichen Stelle wie eben, wo man angefangen haben hat. Ja, dann probieren wir es gleich nochmal. Ich gebe dem Vogel mal schnell ein bisschen mehr Speed. Schau mal aus der Luft zu erkennen, wo in etwa deine Leiche rumliegt. Das wäre nett, ja. Boah, der Schnee blendet übelst. Ach, der kämpft gerade wieder mit irgendwas. Also es müsste ja fast sogar dort liegen, wo der Drache plötzlich hochgeflogen ist. Fast. Also mehr am Wasser aber, glaube ich. Oh Gott, ich habe einen Eiswürfel. Ich komme niemals bis dahin, ey. Weil ich habe wieder diesen Scheiß-Helf-Buck. Ich sehe nicht mal, wie viel Leben ich noch habe. Negativ. Ja, das ist gerade richtig suboptimal. Also wenn du an meine Klamotten kommst, dann würde ich sagen, treffen wir uns beim Laura-Feuer. Ich suche sie zu finden, aber ich sehe es nicht. Oh, hier ist ja ein Pinguin. Ach, wie süß. Ich sehe, die soll immer in den Klamotten suchen und suche und findet einen Pinguin. Entschuldigung. Ich muss mal kurz was gucken. Wie viel Leben habe ich noch? 200 von 220. Okay, das geht ja noch. Also siehe, merke, Strichliste, Ersatzpelzrüstung im Schrank lagern. Falls wieder mal sowas passiert. Nicht, dass der Drachen dich gefressen hat. Das wäre so optimal, aber ich glaube nicht. Nee, nee, ich glaube nicht. Ich bin runtergefallen, so wie es aussah. Aber durch die Map oder so bist du nicht geclitcht, oder? Ich glaube, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So, der Rex, mein Vogel, steht auf jeden Fall noch hier. Den setzen uns da mir nachladen. Okay. Ja, das wäre wirklich mal eine Maßnahme. Ich werde mal kurz ein bisschen am Lagerfeuer... ...wärme tanken. Ja, aber das bringt natürlich wieder nichts. Aber ich kann die Fackel Gott sei Dank auch so anmachen. Oh nein, jetzt kommt echt noch Nebel, oder was? Boah, ich habe hier noch nichts zu fressen dabei, ey. Das ist zum Kotzen her. Stimmt, weil das in der Leiche drin liegt alles. Ich kann mich nicht mal mit Fressen hochheilen. Okay, ich fliege weiter. Scheiß drauf. So leid mir das tut, aber ich sehe hier keine Taschen von dir, gar nichts. Ja, ich guck mal. Ich fliege ein bisschen näher am Boden. Ich guck mal. I'll let you do it. I'll let you do it. Das wäre die erste Tasche, die ich eigentlich nicht wiederfinde. Wenn ich sie nicht finde, meine ich. Oder war das etwa hier über dem Wasser? Ich weiß es nicht. Im Wasser gar nichts. Also hier kann es nicht gewesen sein. Doch, warte mal, der kam doch. Das blöde ist bloß, hat mich jetzt das Viehzeug, was hier rumrennt, hat mich das Viehzeug vielleicht gefressen, wo ich runtergefallen bin. Weil der ist doch an diesem Baum gestartet hier. Hier kam der dann auf einmal hoch. Ich muss echt, ich muss echt auf mein Leben aufpassen, ey. Ich erfriere hier gerade. Oh man, Leute. Spannung und Action versprochen und dann such die Tasche. Das ist ein toller Folgentitel übrigens. Stimmt, ja. Ich hätte wenigstens noch ein Subnail machen sollen. Von dem Drachen, wie er mich frisst. Also der... Stäbel ist jetzt... Nicht hilfreich. Überhaupt nicht hilfreich. Das blöde ist bloß, da sind die ganzen... Das blöde ist echt bloß, da sind die ganzen Kniften und die ganzen Darts drin. Also... Hm. Noch ein Versuch, jetzt auf die Schnelle wegen dem Drachen, ist ohne Tasche suboptimal. Richtig. Aber hier irgendwo gewesen. Bin mir auch gerade unsicher. Ich hoffe bloß, echt, der hat mich nicht in der Luft weggeschnappelt. Das wäre scheiße. Weil dann weiß ich, wo das Zeug ist. Im Drachen. Oh ja. Und der hat schon wieder mit dem Hirsch zu tun. Oh, ich glaube, jetzt hat er mich gesehen. Ne, doch nicht. Okay, Schwein gehabt. Oh, Mist, die Kack. Da kommt eine Katze. Ich glaube, der Nebel verzieht sich. Aber es ist kein Bug, dass der Charakter in der Luft hängt, oder? Wieso, wie letztes Mal? Oh. Oh. Hallo, fliegst du mal? Ich muss echt jetzt mal auf mein Leben gucken. Okay, 104 habe ich noch. Also 111. Das ist jetzt gerade richtig scheiße. Das ist jetzt mal auf mein Leben. ich muss mich ja schon hinsetzen eigentlich kurz davon ist in allo hoch noch ach man es ist jetzt blöd wo ist die tasche also ich hoffe echt er hat mich nicht weg gefressen das wäre super optimal das wäre richtig scheiße reichst du den an? ne 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 ist ein anderer agender ja ich werde mich hüten den drachen anzugreifen ich wurde schon gefressen wenn es gut wenn es richtig blöd läuft wurde ich schon gefressen Also am besten wäre echt, man baut sich noch einen Peilsender, dass man das Zeug wirklich wiederfindet. Ja. Weil wenn man gefressen wird, ich glaube der Peilsender wird ja mitgefressen. Danke für das Level. Oh, bei mir piepst's. Ich sterbe gleich. Okay, der hat nichts im Inventor. Ich muss mal ganz schnell... Bleib stehen, bleib stehen. Ich habe noch was zu essen. Ja, ich glaube mit Essen komme ich hier nicht weit. Ich müsste eigentlich zu einem Feuer. Kommt, Agentar, was macht dich auf den Vogel? Ich sag's doch. Ich werde gleich zum Vogel, zum Feuer geflogen. Ich glaube ja fast, die Tasche können wir vergessen. Ja, ich auch. Ach, Mist, die Kack. Nerv. Das ist echt Nerv. Nerv, Nerv, Scheißen, Dreck. Wenn Schnee war es nicht, oder? Nee, nee, das war schon irgendwo da vorne auf der Wiese. Ach, und jetzt habe ich nicht mal Fleisch aus dem Agentar bis mitgenommen. Ach, Mann. Scheißen, Dreck. Das ist ne Kackfrau. Ja, du brauchst nichts kochen. Ich habe dir hier was hingeschmissen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich hole dir jetzt einen Drachen, schnappel den Drachen weg und dann klotz ich nach der... Ja, gut. Okay. Ja, so kann ich wenigstens sicher gehen, ob der Drachen wirklich deine Leiche gefressen hat, samt deinem Zeug oder nicht. Ja, schade ist es trotzdem um den schönen schwarzen Drachen, aber... Das ist richtig, aber jetzt ist nicht mehr zu ändern, leider. Gut. Okay. Und wie schon in der letzten Folge, bis Nalli wieder da ist, mache ich hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. So, hallo und wieder willkommen zurück. Ja, also wir haben die Tasche leider nicht gefunden. Ich sitze hier immer noch in meiner Chitinrüstung, kaue vom Feuer und nehme sobald Fleisch fertig, ist das Fleisch raus. Und es ist schon das zweite Feuer ausgegangen. Und bevor ich jetzt hier abkaratze, weil ich ja schon wieder mich tot zu Tode friere, setze ich mich jetzt auf den Akentavis. Nalli ist übrigens auch gerade nochmal gestorben. Und fliege jetzt erstmal nach Hause. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, wir werden erstmal alles soweit vorbereiten für die nächste Drachenjagd. Ich hab mein Zeug. Gott. Okay, du hast dein Zeug. Wenigstens eher noch von uns beten. Aber leider sind jetzt trotzdem die vier Kniften sind weg. Die ganzen Dorts sind weg. Und zum Beispiel auch meine rote Axt ist weg. Aber ist ja egal, wir haben ja einen Blueprint, das ist jetzt nicht so schlimm, sage ich jetzt mal. So, ich werde das jetzt so machen. Ich werde jetzt erstmal schnell deinen Drachen nach Hause schaffen. Wo ich ja endgültig draufgehe. Hast du Diten jetzt mitgenommen? Gut. Okay, ich hoffe bloß ich schaff's bis nach Hause. Du dürftest ein bisschen mehr... Ja, auf jeden Fall würde ich sagen... Wie gesagt, wenn euch trotzdem dieses Failen gefallen hat, lasst Däumchen oder Kommentare da. Ist trotzdem alles erlaubt und... Dann würde ich sagen, ich sage jetzt schon mal ab, weil das ist jetzt sonst nur... Gebaue und gecrafte und Vorbereitung und... Ja, das wollen wir euch nicht unbedingt dann tun. Also bis dahin... Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.